Sicherlich kennen Sie das aus Ihrem eigenen Leben. Plötzlich kommt eine Herausforderung auf einen zu, mit der man gar nicht gerechnet hat. So wird es Ihnen vielleicht in den nächsten Tagen ergehen. Sie sind vielleicht völlig sprachlos. Sie sollen für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. Dieses Amt ist ein wunderschönes Amt. Man soll es ehrlich, sachkundig, mit großem Einsatz und vor allem ohne homophobe, reaktionäre und erzkonservative Ansichten ausüben. Ihr Name ist Andreas Kohl. Wie das Gemüse? Sie sind nicht Mitschuld an dem Milliardengrab von Schwarz-Blau. An Skandalen, für die die nächsten Generationen noch massiv bezahlen müssen. Ihre Idee war es 1995 nicht, die Auslieferung eines Magazins zu verhindern, das einen damaligen prominenten Kardinal des sexuellen Missbrauchs an Kindern überführt hat. Sie sind in den letzten Jahrzehnten nicht durch erzreaktionäre Positionen gegenüber Lesben und Schwulen aufgefallen. Sie liebäugeln nicht mit einer rechtsextremen Partei und ihren Ansichten. Sie sind ein Mann oder auch eine Frau aus der Mitte des Volkes. Sie haben vielleicht nicht damit gerechnet, aber Sie können ganz einfach uns allen einen großen Gefallen tun und Dr. Andreas Kohl als Bundespräsidenten verhindern. Es ist eine wunderschöne Aufgabe. Kandidieren Sie! Österreich sucht Andreas Kohl. Wie das Gemüse. Machen Sie mit! Dazu sind eigentlich wenig Arbeit und auch keine Gespräche notwendig. Melden Sie sich! Jesus Technology das Gemüse. Vielen Dank.